Hallo liebe Leute, ich bin's, euer Chris, willkommen auf meinem Kanal, ja heute mit einem ganz besonderen Gameplay, zumindest aus meiner Sicht, denn es ist das Spiel meines Lebens gewesen. Warum das Ganze? Wie ihr sicherlich schon im Titel sehen konntet, das wird ein 218 zu 0, sowas hatte ich bis jetzt noch nie geschafft und sowas werde ich höchstwahrscheinlich auch nie wieder schaffen, denn hier hatte ich ein gutes Team, sauviel Glück, ja und das hat mir diesen Score am Ende dann doch gebracht. Ich spiele hier mit der LSAT, schneller Ziel, Zielsucher und Schalldämpfer, das ist eine Empfehlung von einem Kumpel von mir gewesen, der hat gemeint, spiel mal damit, du wirst sehen, das ist die richtige Owner-Klasse. Die habe ich dann mal ausgepackt, ich weiß, Zielsucher, ich reg mich über die Leute immer auf, aber es hat halt so funktioniert, man kann auch optional zum Zielsucher eventuell auch den Infrarot-Scope nehmen, der auch relativ geil ist und Nuketown ist eigentlich eine LMG-Map oder eine Schrotflinten-Map, deswegen, ja, Schrotflinte nicht so mein Ding, deswegen habe ich mich für die LMG entschieden und ich spiele jetzt von Anfang an ein bisschen defensiv, spiele mit dem Orbit-Satelliten, dem Loadstar und der VTOL. Ja, hier sehr viel Glück, denn es ist dieses Mal so gewesen, wie es eigentlich sein hätte müssen. Meine Killstreaks bauen sich von Anfang an aufeinander auf, das heißt, ich habe den Orbit, den Loadstar und den VTOL mit dabei und alles baut sich aufeinander einfach auf. Ich kriege meinen Orbit, meine Teammates killen einfach wie verrückt, ich bekomme damit meinen Loadstar, mit dem Loadstar bekomme ich die VTOL und die VTOL rasiert alles weg, so, dass ich gleich meinen nächsten Orbit habe und somit schon wieder in der nächsten Killstreak-Phase bin und das ist mir bis jetzt noch nie so krass passiert. Ich habe es bei einigen anderen Leuten gesehen, die dann mit Schwarm und mit Hunden und sowas spielen und dachte mir immer, boah, krass, wie funktioniert das? Wie haben die so ein Glück? Ja, das Glück war dieses Mal auch mit auf meiner Seite, denn ich war auch der Host dieses Spiels, deswegen konnte ich das Gameplay zum Glück aus dem Theater-Modus aufnehmen und sonst hätte ich mich wirklich grün und blau geärgert. Ja, jetzt gleich habe ich meine VTOL erreicht und setze diese ein und ich habe, und das haben auch meine Kollegen in der Party gesagt, sie haben noch nie gesehen, wie man mit einem VTOL so viele Kills machen kann. Es war einfach Glück, die Gegner haben sofort auf Respawn gedrückt. Ihr sicherlich kennt das, wenn ihr gespawned habt, ihr schaut euch natürlich schön noch die Killcam an, aber diese Leute hier drin einfach nicht. Die drücken einfach auf Respawn, versuchen mich zwar abzuschießen, aber ich bin dann immer hin und her geflogen, so dass sie mich nicht anweseln konnten und ich ein bisschen Zeit bekommen habe, dass ich sie gleich wegholen kann. Und ich hatte nach der ersten Runde, ungelogen, ich glaube um die 140, zwischen 160 Kills, es war einfach krass. Es war wirklich krass. Ich konnte es nach dem Spiel gar nicht fassen. Ich habe nicht gesagt, boah, ich bin der Geilste, yeah, 218 zu 0. Müsste auch eigentlich eine Deutschlandpremiere sein, ist mir aber scheißegal. Ich scheiß da drauf. Und ich bin nach der Runde so, ey Leute, was habe ich jetzt gerade gemacht? Ey, ich kann jetzt nicht. Ich war total baff, ich konnte es einfach nicht glauben. Hab gemeint, ey Leute, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Ich muss erstmal in mich kommen, bin rüber zu meiner Freundin gegangen, hab gesagt, ey Schatz, weißt du, was ich gerade gemacht habe? Ich habe gerade in 218 zu 0 gespielt. Das kann doch nicht sein. Das kann wirklich nicht sein. Vor allem, ich war am Abend davor auch noch feiern. Ich hatte noch ein bisschen Restalkohol. Ich habe früh gesagt, komm, dann ja, dann spielen wir halt Black Ops 2. Und ich glaube, das war auch mein Mittel zum Erfolg. Das darf man jetzt nicht missverstehen, denn ich bin einfach ruhig geblieben und das hat mir das dann, glaube ich, auch alles ermöglicht. Normalerweise bin ich so, ja, geil, ich habe so viele Kills. Ich muss vorrennen, ich muss jemanden killen und ich verrecke jedes Mal. Ihr kennt das sicherlich. Sobald ich irgendwie einen geilen Score habe, wäre ich leichtsinnig. Mein Herz fängt an das Rasen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das macht boom, 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 boom. Ich war total nervös und denke mir, boah, geil, das wird vielleicht ein Gameplay für YouTube. Was mache ich jetzt? Aber nicht hier so. Ich habe noch einen kleinen Schwipser drin gehabt und bin einfach ganz klar, ich bleibe in der Base drin und ja, ihr macht es schon, ihr macht es schon. Ja, und die Teammates haben es im Endeffekt gemacht. Muss ich nochmal sagen, ohne die wäre es nicht so ausgegangen. Auf keinen Fall. Niemals. Und ich bin wirklich, ich habe mich wirklich riesig gefreut. Ich habe mich wirklich gefreut, dass ich dieses Video geschafft habe oder dieses Spiel gespielt habe. Denn es hat mir eigentlich wieder so einen kleinen Schub gegeben, zu sagen, ey, komm, spiele ich doch weiter Black Ops. Natürlich jetzt nicht mit der LSAT, sondern auch wieder mit den anderen Waffen, mit der PDW. Und ich habe mir geschworen, ich gebe dafür kein Geld mehr aus, aber ich habe mir sogar noch eine Waffentarnung jetzt neulich gekauft und zwar die Cyborg-Tarnung. Ja, ich habe wieder ein bisschen Geld für sinnlosen Mist ausgegeben für das Spiel und ich spiele es momentan wieder häufiger. Vielleicht war es so bestimmt für mich, dass Activision oder das Spiel gesagt hat, komm, der Chris, der spielt doch kein Black Ops 2 mehr. Den gibt mir jetzt mal eine richtig, richtig geile Runde, damit er wieder den Mut bekommt und quasi so als emotionalen Schub oder als Motivationsschub dann das Spiel wieder anrührt und das dann weiterspielt. Am Ende werdet ihr auch noch sehen, es ist eine VTOL in der Luft von einem Kollegen, dem Cuser, der dann seine VTOL, weil er mir das Gameplay nicht versauen wollte, seine zurückruft, damit ich meine rausholen kann. Das ist natürlich auch so ein Faktor, total kollegial. Ich hätte das auch für ihn gemacht, wenn ich sehe, komm, der Kerl, der hat eine geile Runde, dann muss man doch nicht selber auf Kills eiern. Aber das ist halt immer so, manche YouTuber, die planen das schon im Vornherein mit dem Team, dass man sagen, komm, ihr unterstützt mich ein bisschen. Bei mir ist es so, nee, komm Leute, wir spielen ganz normal. Wenn es was wird, dann wird es was, wenn es nichts wird, dann ist es mir auch egal. Das Ganze ist einfach nur reiner Fun-Faktor. Das Spiel soll auch Spaß machen, man soll sich da nicht irgendwie quälen oder sagen, jetzt komm wegen dem Chris, da musste ich jetzt mit dem und dem spielen. Nee, das würde ich selber auch nicht machen, außer es bittet mich jemand drum. Es gibt momentan auch so eine Killstreet, die ich sehr oft spiele, das ist Drohne, Konterdrohne, Orbit oder EMP. EMP kriegt man sauschnell und hilft damit dem ganzen Team und vor allem, ihr kennt es bestimmt, wenn ihr so ein EMP ins Gesicht bekommt, es ist zum Kotzen. Es ist wirklich zum Kotzen dieser EMP, weil es funktioniert gar nichts mehr. Und das ist einfach so, ja, das kleine Dankeschön, was man dann den Leuten rausgeben kann oder den Teammates besser gesagt. Ich finde es zumindest top. Wie gesagt, ich bin jetzt hier noch ein bisschen leichtsinnig, ich bin ein bisschen rausgegangen, weil ich merke, oh, das könnte nichts werden. Renne ich nochmal vor, ein bisschen an Spawn. Aber auch defensiv in den Spawn. Also ich bleibe hinten bei den Trucks, sodass man mich auf keinen Fall aus dem Spawn irgendwie anvisieren kann und schieße mal ein bisschen durch die Wand durch, denn da bekomme ich Hitmarker und dann bekomme ich wieder einen Hitassist, der dann ein bisschen mehr Punkte bringt als zum Drohnenkill oder zusätzlich zum Drohnenkill kommt der dann. Ja, jetzt haue ich mein Orbi raus. Es sind einige Gegner gelieft. Ja, ich habe dann einfach ein bisschen gewartet, bis die neuen Gegner reinjoinen, bis sie dann auch das Spiel quasi starten. Wenn ihr dann seht, oh, da ist ein Totenkopf noch davor, dann braucht ihr eure Highstreaks noch nicht auspacken, denn die Leute, wenn die dann sehen, oh, und Vitor kommt, dann sind die sofort wieder draußen. Also einfach warten, bis die reinjoinen und danach können die immer noch dashen, aber dann kriegt ihr halt ein, zwei Kills vielleicht mehr oder halt dann in dem Fall vielleicht fünf oder zehn. Und ja, die Gegner bleiben dann einfach drin und ja, ihr könnt dann einfach ein paar mehr Kills abrasieren. Ich sage es mal wirklich abrasieren mittlerweile. Ja, und wir nähern uns langsam des Endes nahezu von diesem Video. Vielleicht kennt ihr das, habt ihr auch mal eine geile Runde gehabt, eine richtig geile Runde, wo ihr echt gedacht habt, so boah, geil, sowas werde ich nie wieder schaffen. Das war zumindest meine Runde und ich würde mich freuen, wenn ihr mir sagen könntet, ey, habt ihr sowas auch schon mal erlebt, dass ihr, ihr seid einfach ganz normale Spieler und auf einmal passiert was, ihr kriegt einen richtig krassen Highscore und ihr seid einfach baff. Klar gibt es viele, die sagen, okay, das ist nichts Besonderes, aber für Leute, die so durchschnittlich spielen, so wie ich, für mich ist das was Besonderes und ich hoffe, das Video hat euch dennoch gefallen und ja, schreibt mir schön ein paar Kommentare, ob ihr vielleicht sowas auch schon mal hattet, würde mich freuen, es interessiert mich auch, denn ich möchte nicht wissen, ob ich der Einzige bin, dem sowas bis jetzt passiert ist und da sind wir bei diesem Zeitpunkt eben gewesen, wo Qsar seine Vtual zurückholt, damit ich vielleicht noch die letzten zehn Kills machen kann. Sehr kollegial, großes Dankeschön an euch, super Team, danke für eure Unterstützung, ich bin raus, Servus Leute, euer Chris.